Moment mal, Trader ist einer der schwierigsten Berufe der Welt? Das wird immer wieder gesagt. Und stimmt das überhaupt? Meiner Meinung nach ist es alles nur Kopfsache, reines Mindsetting. Klar, man hat eine hohe Präsenzzeit, dass man immer wieder seine Trades überwacht, je nachdem mit welchem Risk Management man unterwegs ist. Lustigerweise ist es aber genau wieder die Psychologie. Denn, wie ich gesagt habe, Mindset ist der Schlüssel zum Erfolg. Jeder Neue, der reinkommt in diese Branche, der ist am Anfang in der Regel sehr labil. Ja, und genau da hängt es eben auch wieder an. Denn eigentlich ist Trader zwar schwierig, aber auf der anderen Seite auch sehr unmoralisch. Warum unmoralisch? Naja, wenn ich einen Trade gewinne, verliert ja jemand anderes Geld. So ist nun mal einfach das Spiel. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich da am besten rum? Ja, am einfachsten lernt man es halt mit einem cleveren System. Ihr könnt bei uns in den Academy Club kommen oder, wenn ihr auch darauf Bock habt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, bei uns ins Coaching zu kommen. Alles, was ihr dazu braucht, kommt einfach mal unten in die kostenlose Telegram-Gruppe hinein. Fragt ein bisschen rum. Ich verlose, by the way, bis Ende September 100 USDT irgendeinem hier bei meiner Telegram-Gruppe. Wenn du also 100 USDT gewinnen willst, dann komm einfach mit rein. So, und jetzt gehen wir ab in die News. Wir haben da nämlich wieder das ein oder andere herausgefunden, was ich euch nicht vorentat will. Mit 52 Punkten stehen wir weiterhin in der neutralen Zone beim Fear & Greed Index. Robinhoods Crypto Wallet fügt Bitcoin und Dogecoin hinzu. Was wir ja wissen, ist, dass sie bereits schon mit dem RC20-Ethereum-Token aktiv waren. Die Wallet, die insbesondere in den Vereinigten Staaten sehr proaktiv unterwegs ist, haben jetzt allen Benutzer die Möglichkeit gegeben, Bitcoin und Doge senden und empfangen zu können. Und das heisst mittlerweile über 100'000 Nutzer und in über 140 Ländern. Das ist schon eine beachtliche Grösse, wie schnell dieses Unternehmen auch hier wieder gewachsen ist, was sich ja auch eine der grösseren Wahlen von Bitcoin mittlerweile geoutet hat. Also da bin ich immer noch vorsichtig, weil für mich das Unternehmen ein Spekulationsunternehmen ist. Und ich nicht gerade daran denke, dass die Funktionen im Vordergrund stehen von Bitcoin, sondern eben wieder nur, ja, da wird irgendwann mal eine Million wert und dann können wir unser Unternehmen nochmal besser verkaufen. Ja, wie gesagt, die Einführung für Swap wird jetzt auch kommen. Wer dahinter steckt, weiss ich nicht, ob es eine eigene Entwicklung ist oder ob es Uniswap oder sonst wer anbietet. Ich sehe das leider noch nicht. Wenn das jemand gelesen hat, weiss, schreibt es gerne schon mal unten in die Kommentare. Da würde mich natürlich jedenfalls wundern, eben optimal natürlich mit Quelle. Das würde uns natürlich sehr stark weiterhelfen. Ja, und aktuell ist die App sehr beliebt in den Vereinigten Staaten, insbesondere natürlich auch ein bisschen aus Europa noch wenig. Ich glaube, man kann es immer noch nicht runterladen in Europa. Würde mich gerne mal interessieren, zum Testen, wie die Funktionen sind, wie das GUI ist, ist es einfach zugänglich für die Leute, ja oder nein. Da will ich gerne einmal ein bisschen rumspielen. Aber, wie gesagt, ich bleibe lieber bei meinen Hardware-Wallets und dann fühle ich mich auf jeden Fall viel, viel wöler. Laut Bloomberg-Analysten haben Bitcoin ETFs in diesem Jahr eine Zulassungschance von 75%. Ich habe das geprüft, ob das wirklich stimmt. Tatsächlich hat man das so gesagt. Vor allem James Seifard und Elliot Z. Stein, die haben das mal gesagt. Sie haben gesagt, ja, wenn, oder sie rechnen auch mit einem ETF, wenn Greyskull gewinnt bei 65%. Das ist dann eingetreten. Mittlerweile haben sie auf 75% erweitert. Und sollte das nicht klappen, dann wird bis Ende nächstes Jahr mit 95% gerechnet. Ich habe euch gestern eine Grafik eingeblendet gehabt mit den Deadlines der SEC. Also die SEC hat schon Chancen, das recht lange herauszuziehen. Also bis Ende nächstes Jahr, ja. Und sie haben immer wieder die Möglichkeiten, das Ganze abzulehnen mit anderen Begründungen. Und solange wir da halt eine Person im Sitz haben, die Krypto irgendwie gar nicht so mag wie Gary Ganssen, dann wird es halt irgendwie schwierig. Egal, welcher Analysten das jetzt hier rauspussant wird, hilft uns im Endeffekt auch nichts. Was interessant ist, ist, die UBS hat ja bekannt gegeben, wir werden den Bundesdeal nicht annehmen. Also diese Sicherheit, die der Bund gegeben hat, sollte die UBS mehr als 5 Milliarden Verlust schreiben. Äh, die UBS, die Credit Suisse, Entschuldigung. Und die haben das vorher schon abgelehnt, die Credit Suisse mit Rekordgewinn. Wieder unterwegs, der Preis hat sich wieder vervielfacht. Ja, wir sind auf 22 Dollar und 16 Cent. Sehr interessant, wie sich das Ganze bewegt. Ich rechne da aber nochmal mit einer Abkühlung. Ich habe meine UBS-Aktienportfolio nochmal erweitert und nochmal ein bisschen tiefer unten eine Limitorder gesetzt, um nochmal einige Aktien abzustaben. Die UBS macht meiner Meinung nach einen sehr guten Job. Ist auch meine private Bank. Von dem her gesehen, bleibe ich dir natürlich weiterhin treu. Heute wird es nochmal spannend. Wir haben eine Arbeitslosenquote in Deutschland für den August und gleichzeitig natürlich dann auch nochmal die Arbeitslosenquote aus dem Euro-Raum, vom Juli-Brus-Verbraucher-Index und so weiter und so fort. Das kann also nochmal ein bisschen spannend werden, ob die Zahlen richtig greifen, ja oder nein. Wir haben es gesehen, bei den Vereinigten Staaten auch eher schlechtere Daten. Ich rechne hier eigentlich eine Parallele dazu. Dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Fakt ist, es wird natürlich im Endeffekt den Dollar und auch den Euro nochmal abschwächen. Bedeutet nämlich, dass die Zinserhöhung nochmal ausgelassen werden muss. Man müsste es eigentlich, weil den Menschen geht langsam das Geld aus. Und nicht nur den Menschen, sondern eben auch den Unternehmen. Und die Unternehmen werden dementsprechend auch wieder Mitarbeiter entlassen müssen. Das ist leider der Druck der Wirtschaft. Ja und jetzt, seit langem hat man ja vieles, nichts mehr gehört von Charles Hoskinson. Und ich muss sagen, ich weiss nicht mehr, was ich von... Früher fand ich ihn begeistert, wie er da war. Er ist ein mega intelligenter, kluger Mensch. Aber jetzt, boah, jetzt muss ich sagen, jetzt kommt der junge Mann, doch, es sieht übrigens älter, als er ist, kommt er mit Sticheleien hinterher. Das ist schon heavy. Laut dem neuesten News, die er rausgepasst hat, wird Cardano Bitcoin und Ethereum überholen. Ja, was soll ich dazu sagen? Außer, dass ich ein bisschen geschockt war mit der Aussage. Gut, die Frage ist, was heisst überholen? In Funktionalität? Okay, wäre machbar. Wird Cardano Bitcoin und Ethereum holen im Preis des einzelnen Tokens? Hm. Wenn ich mir dies hier anschaue, von CoinGecko. Also einfach nicht die Übersicht, ne? Habe ich rausgeholt. Wissen wir, Bitcoin mit 21 Millionen Tokens ist also begrenzt. Es ist begrenzt, es ist limitiert. Es ist eher deflationär, weil wir sowieso immer Bitcoins verlieren. So. Cardano mit 45 Milliarden Token will also im einzelnen Preis vielleicht Bitcoin oder Ethereum überholen? Ernsthaft? Erinnert mich irgendwie an XRP. Oder besser gesagt an die Rebel-Fans. Ja, ich bin übrigens auch von der Funktionalität von Rebel-Fan. Nicht falsch verstehen, aber was den Preis angeht, wo viele sagen, 1000 Dollar an XRP, und heute, das will nicht sein. Ja, und Ethereum natürlich, ja, Max-Supply unendlich in dem Sinne. Ich persönlich, also ich habe Mühe mit solchen Aussagen. Cardano wird eines Tages Bitcoin übertreffen. Glaube ich nicht. Sehe ich nicht. Es wird auch, meiner Meinung nach, ist es schwierig. Es wird ja heute immer noch als Zombie-Chain deklariert, weil sie halt eben noch nicht wirklich einsatzfähig ist. Erst ab dem letzten Upgrade, wenn es dann bei der DAO, respektive bei der Community ist, dann ist es abgeschlossen, Cardano. Und dann sollte diese Chain laufen, so wie es eben jeder wünscht. Aktuell hört man nur immer visionäre Geschichten, visionäre das. Ich kann euch auch visionär alles Mögliche erzählen. Aber ob es dann eintrifft, das wissen wir nicht. Das sehen wir dann, ob es dann auch angenommen wird vom Mainstream. Ich persönlich bin in Cardano investiert, mit bescheidenen fünfstelligen Betrag, wo ich sage, das lasse ich jetzt mal laufen und schauen, wie es weiterentwickelt. Werde vielleicht sogar noch ein bisschen nachkaufen. Sollten wir tatsächlich mal unter 20 Rappen oder Dollar, unter 20 Cent fallen, jetzt habe ich es richtig gesagt. Dann ja, ansonsten, würde ich sagen, liebe Freunde, habe ich lieber die Finger weg. Bin da eher vorsichtig und möchte da auch niemandem irgendetwas Visionäres erzählen, was am Endeffekt nicht stimmt. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen rüber in die Chart-Analyse hinein und nehmen wir doch gerne gleich mal als erstes Cardano. So, im Academy Club, by the way, habe ich Einstiege mitgebracht, wie wir reingehen etc., das sieht man hier. Ich habe gesagt, wir haben zwei Varianten für Cardano. Die erste Variante wäre, wir kommen hier hoch. Also wir sind ja auch schon am hochkommen. Ich weiss gar nicht, wie es war vor ein paar Tagen. Wir bewegen uns hier hoch, werden abgelehnt am 0,5er, holen zuerst die untere Bayerische Box ab, gehen nochmal zum 0,5er, dann werden wir runtergehen. Oder wir schaffen es über das 0,5er hinaus, holen einen Support als Bestätigung, gehen dann in den ersten Anlauf und dann fallen wir zurück. Jetzt, wenn man mal im Daily guckt, wie es hier aussieht, wo war denn überhaupt Cardano mal? War es überhaupt ansatzfähig überhaupt? Nein, war es nicht. Wir waren beim High, 3,09 Dollar war das High. Also ich weiss nicht, in was er meint, dass Cardano Bitcoin überholt. Vielleicht wisst ihr, es schreibt es gerne unten rein. Ich persönlich zu meinem Teil kann das nicht nachvollziehen, was da geschrieben wird. Aus diesem Grund lassen wir das stehen. Was haben wir gesagt bei XRP? XRP haben wir gesagt, ja, wir holen diese Box ab, haben wir abgearbeitet hier oben, sind dann dementsprechend jetzt auch schon wieder runter, unter das bullische 0,5er. Jetzt haben wir die diagonale Trendlinie, das ist genau das, was wir gestern noch gemeinsam angeschaut haben. Jetzt kann es dann sein, dass man zu einem Kreuzwiderstandsbruch kommen könnte. Da werden wir noch ein bisschen warten. Das bedeutet auch für uns, Kreuzwiderstand wäre, ungefähr auf diesem Niveau. Das wäre also beim 0,5194. Da wäre unser Kreuzwiderstandsbruch, der möglich sein könnte. Das bedeutet für uns, wann wir hier in diesem Bereich, der Widerstand wird brechen, dann gehen wir runter auf das 0,5er, holen wahrscheinlich nochmal einen Retest und dann geht es ab Richtung blaue Box hinunter. Wird auf jeden Fall meiner Meinung nach so sein. Auch für die Jungs und Mädels, die jetzt da draussen sind, ich bin mich am Vorbereiten für die Trades, auch hier nochmal ein Gratistipp. Ich persönlich, klar, ich shorte natürlich schon mit meinem privaten Account, aber, Beispiel auch für mein Unternehmen, wir bauen hier die Longs auf. Wir kaufen nebenbei Spots und neben den Spotkäufen in diesen Levels. By the way, da werden die Spotkäufe platziert. Werde ich gleichzeitig natürlich meinen Long aufbauen, schön gestrichelt, gefächert, linear, um das dann natürlich wieder aufzufangen, wenn wir nach oben kommen. Bei Ferium haben wir auch gesagt, ja, wir fallen wieder nach unten, sind unter das 0,5er. Wir haben das erste Target noch nicht erreicht. Man muss aber sagen, wir haben erst jetzt einen kurzfristigen bärischen Cross, der langfristige steht noch aus, also der kommt erst noch. Wenn müsste also aus diesem Grund auch hier nochmal einen Schub geben. Dieses Target müssen wir mindestens abholen. Auch hier, Spotkäufe könnt ihr immer vorbereiten mit Limit Orders, relativ gut. Ansonsten auch hier, gleiches Spiel, wie ich gesagt habe, bei Bitcoin. Man darf natürlich nicht vergessen, dass natürlich Ethereum, wir sind immer noch aus diesem grossen Rising Wedge ausgebrochen und das Worst Case, hier unten zwischen 1100 bis 1000 Dollar, 1100 bis 1000 Dollar, so, das müsst ihr auf jeden Fall absichern. Optimal wäre es natürlich, ein bisschen aufs Level 700 zu gehen, da habe ich auch schon mehrere Videos darüber gemacht, damit ihr das versteht, warum das der Fall sein kann. Aber hier unten, alles was hier unten geht, wird bei mir linear gefächert, damit ich einen schönen Long-Einstieg kriege für den Bullen Run. Und wenn wir da wieder reingehen, ich schön aufpositioniert bin, einen grossen Trade aufgemacht habe, den Swing zum richtigen Zeitpunkt erwischt habe und dann wieder nach oben komme. Also hier ändert sich nicht viel, hier bleibt der Plan, genauso wie wir es eingezeichnet haben. Wurde noch nicht abgearbeitet. Dann haben wir noch Bitcoin im Vierschund-Chart. Hier haben wir das erste Target gestern noch abgeholt. Also wir sind hier runter, haben die erste Box abgearbeitet. Die S2 bei 26,9 plus minus ist auch noch nicht angelaufen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Gleiches Szenario hier, wir sind immer noch in der Nähe der Closed Zone, kurzfristigen Cross. Lang sind wir kurz davor, wenn wir jetzt noch die J-Ribbon dazu nehmen. Die kriegt ihr übrigens auch, wenn ihr bei uns im Telegram reinkommt, könnt ihr gerne mal nachfragen dazu. Da sehen wir, wir sind immer noch mit der IMA 200 unterhalb der 300, somit sehr bärisch. Wir haben hier noch kein Flippening gesehen. Das heisst, wenn wir jetzt also hier noch runterkommen, dann wird auch hier die IMA eher seitwärts gehen. Das bedeutet, wie es wäre möglich, hier seitwärts dann vielleicht nochmal runter. Da werden wir dann noch sehen, wenn wir ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben. Die neue Zone für den Ausbruch haben wir hier deklariert. Ja, haben wir mit dem neuen Swing herausgegeben, damit wird es zwischen 4. und 16. September soweit sein. Da können wir gespannt sein. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und die Point of Control, die hat sich vorher nämlich auch ein bisschen verschoben, was wir gesehen haben. aber bleibt. Bleibt wie es ist, können wir so stehen lassen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Freunde. Macht ein cleveres Risk Management. Wenn ihr lernen wollt, wie lernt man technisches Chartlesen? Wie geht man in die Trades? Wie plantet man ein sauberes Risk Management? Was ist ein Hebel? Was ist überhaupt traden? Wie und wo? Dann kommt zu uns in die Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber natürlich auch im angepinnten Kommentar. Ich bin jetzt raus. Ich sage Tschüss aus der Schweiz. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video.